Die Freihandelsabkommen in den USA Die Freihandelsabkommen in Kanada wollen, Fracking erlauben, Rekommunisierung verbieten, sozialen Wohnungsbau abschaffen, Wasserwerke privatisieren, Löhne drücken. Bitte unterschreiben Sie, dass Sie dagegen sind. So, ich bin Nicola Lange und ich probiere jetzt gerade ein veganes Chini. Das heißt, es ist nur Fleisch zubereiftet. Und mal sehen, wie das schmeckt. So, da ist das Chini. Das sieht schon mal lecker aus. So, schmeckt ganz gut gezeichnet. Danke. So. Ja, ich esse hier gerade euer Chili von Karne. Schmeckt sehr lecker. Ja. Und das ist komplett vegan. Runde Fleisch. Ist das richtig? Genau. Das ist Chili von Grünkern. Da haben wir das umgetaucht. Okay. Da ist Grünkern-Schrot drin. Natürlich ein paar Chilis. Ein bisschen Reis erwähnen wir dazu, damit es auch satt macht. Mhm. Und sonst ist ja frisches Gemüse drin. Und ja, den meisten schmeckt es. Wir konnten heute leider keine Pizza hier machen. Eigentlich machen wir vegane Pizza im Bratpula. Das ist der Bramfelder Kulturladen in Hamburg. Bramfelder Chaussee Nummer? Genau. 1665. Okay. Wann habt ihr immer geöffnet? Dann sind wir ansässig. Montags, dienstags und freitags von 18 bis 22 Uhr. Ah ja. Okay, prima. Finde ich ganz toll. Ja. Super. Schmeckt auch ganz toll. Wirklich. Dankeschön. Ja, schön. Super. Super. Schöchel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020